So, was haben wir dann in dem Tresor? In dem Tresor haben wir wieder mal einen Zeitungsausschnitt. Irene Seydoux in Belgrad, tot aufgefunden. Oha! Irene Seydoux, 38, französische Psychologin und Autorin des neuen Buchs Mankind-Analyses, wurde gestern Abend tot in der Festung von Belgrad aufgefunden. Frau Seydoux wurde mit ihrer rätselhaften Abwesenheit vor ihrer Präsentation auf dem ESPA-Kongress letzten Monat vermisst. Serbische Polizisten fanden ihre Leiche in der Nähe eines Gebüschs der Festung. Die Todesursache und ob es sich um einen Mord handelt, ist noch nicht bekannt. So, und daneben... Mhm, eine Kurbel. Diese Kurbel behalten wir natürlich und gehen damit zum Regal mit diesem komischen Schächtelchen. Das verwenden wir natürlich mit dem Teil und dann drehen wir mal dran. Hallo? Wir öffnen das mal. Nicht... Hä? Ja? Warte. Hallo? Kann ich die Kurbel nicht benutzen? Ah. Es spielt eine Melodie. Und hier lag da vorne unsere Pillenpackung. Okay. Das ging vorher aber nicht auf. Warte mal. Das ist der erste Ton. Ding Dong. Das ist der zweite. Eins, zwei... So, warte mal. Jetzt müssen wir hören. Jetzt kann ich nicht so viel dazwischenquatschen. Ding Dong. Nee. 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 Die Sau. Changing Melodie. You are getting closer. Ist das der erste Ton gewesen? Och, Mann. Warte mal. Ich glaube, das waren die ersten beiden. Ich glaube, das waren die ersten beiden. Ich bin einfach zum Heulen. Das verwirrt mich gerade. Ich muss mal ganz kurz, wie gesagt, wenn es zu lange dauert, mache ich wieder hier schnippig schnapp. Weil ich muss jetzt wirklich mal meine Klappe halten, damit ich diesen Ton irgendwie mit meiner musikalischen Art hier reproduzieren kann. Okay, das ist der erste. Nee, warte mal. Ich glaube, das ist der erste Ton. Ich glaube, das ist der erste Ton. Ich glaube, das ist der erste Ton. Das sollte es vielleicht gewesen sein. Scheiße. Scheiße. So, wir change mal nochmal und fangen von vorne an. So, ich mache mir da mal eine kleine Notiz, dass ich mir mal aufschreibe, wie die Tonreihenfolge ist. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. So, pass auf. Vier, zwei, zwei, eins. Die Tonle, zwei, zwei, drei, drei, vier. Ich könnte kotzen. Was ist das? So, warte. Ich werde wahnsinnig. Changing Melody. So. Ja, ich kann diese Dirbümmel schon nicht mehr hören und habe auch mittlerweile festgestellt, dass es draußen schon nahezu dunkel geworden ist. Deswegen kann es sein, dass mir die Facecam so ein bisschen von der Helligkeit abgesackt ist. Jetzt habe ich mir mal was aufgeschrieben und ich hoffe, es klappt. Wir versuchen es mal zusammen. 6, 3, 4, 2, 1, 5. So, pass auf. Klingt plausibel, oder? Und ich drücke Enter. Unlocked. Was lange währt, wird gut. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich auch wirklich geschafft habe, alles hier auf Aufnahme zu drücken. Audiospur, die läuft. Die Facecam, die läuft. Und ich glaube, ja, ist auch egal jetzt. So, wir haben jetzt hier was anlockt. Das wird wohl die Tür sein. Und die versuche ich dann mal zu öffnen. Und hier geht es in einen komischen Raum, wo ich natürlich erst mal das Licht anschalte. Und während ich das Licht anschalte, geht die Tür zu, aber... Okay. Hier ist ein Bunker oder sowas hinter. Oder irgendwie so ein Panikraum. So, dann gucken wir mal. Eine umgekippte Lampe. Ein Globus. Draußen ist es immer noch am Regnen. Und hier haben wir geschwind unseren Kopf über den Tisch geschmissen, dass wir auf die Schreibmaschine schauen können. Und hier kann ich was tippen. Und hier fehlt ein Buchstabe. Und zwar das R. So. Hallo. Die Leertaste fehlt auch. Und ich kann auch löschen. Okay. Hier weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Also gehe ich wieder zurück. Da muss ich garantiert irgendein Wort eintippen. Ich sollte diese Lampe anzünden. Und ich glaube, wir haben Streichhölzer. Streichhölzer, Streichhölzer. Ein Feuerzeug haben wir, aber da wissen wir ja, dass das leer war. Alkohol. Verwenden. Das kann ich nicht verwenden. Okay. Ich dachte, ich kann den Alkohol irgendwie in das Feuerzeug füllen. Aber ich glaube, da brauchen wir wirklich Benzin für. Und ich weiß nicht, ob wir Benzin haben. Zigaretten, Schachtel, Dokument, Alkohol kombinieren mit... Hat er jetzt mal die macht? Ne, kann ich nicht. Okay. Diese Lampe können wir nicht anzünden. Ich kann auch hier keine Dokumente lesen. Also schaue ich mir dann erstmal den Panikraum an. To Oversight Center A. Also für ein Hotel ziemlich geräumig. So, hier sind schon wieder irgendwelche Pillen. Die brauchen wir jetzt aber nicht nehmen. So, gut. Das war die falsche Seite. Ich gehe mal rum. Radio können wir hier anlassen. So, hier haben wir ein paar Dokumente. Anweisung der Aufsicht. An Zimmeraufsicht 1-313, deren momentaner Einsatzort die Aufsichtsanlage 297 ist. Bereiten Sie das Zimmer für die Zielperson vor, bevor sie sich am gewaltigen Datum... Bevor sie am gewählten Datum aufwacht. Sie finden einen Orientierungsfilm mit weiteren Anweisungen in dem Zimmer. Bleiben Sie in Ihrer Aufsichtsanlage, während die Zielperson Fortschritte macht. Notieren Sie all Ihre Handlungen für den Fall, dass etwas Ungewöhnliches vorfallen sollte. Steht Ihnen ein Bereich für Zwischenfälle zur Verfügung. Wenn Sie alles unter Kontrolle haben, schreiben Sie eine falsche Pressemitteilung über das Verschwinden der Zielperson, um Ihre Daten aus den Aufzeichnungen zu entfernen. Sobald Sie fertig sind, sammeln Sie Ihre Dokumente und lassen Sie diese im Container außerhalb des Aufsichtsareals A. Das mache ich mal lieber aus, weil das kenne ich nämlich und nicht, dass YouTube sagt Dudu oder zumindest die GEMA sagt Dudu. So, was haben wir denn hier? Textenblendung. Aufsichtsabteilung 305, ja 503. Zwischenfälle. Zwischenfall 1. Die Zielperson fand... Mein Ohr juckt. Moment. So. Die Zielperson fand ein von der Aufsicht klassifiziertes Dokument, in welchem ein Telefoncode erwähnt wurde. 01138. Das ist die Nummer, die wir gewählt haben. Er wählte die Nummer, der Notfallstatus wurde aktiviert und ihm wurden neue Admirat... Entschuldigung, ich bin heute wieder zu blöd zum Lesen. Wurden neue Amidaltabletten zur Verfügung gestellt. Er nahm die Tabletten ein und erlitt eine Überdosis. Er wurde ohnmächtig. Ja, genau. Nach einigen Minuten wachte er auf und nahm das Dahedron. Anscheinend hatte er sie davor nicht bemerkt. Alles ist wieder normal. Ja, okay. Was steht hier noch drauf? Aufsichtsabteilung 503, Verfolgung der Zielpersonen. Gewähltes Datum des Verfahrens. Der 20.10.86, aufgewacht um 4.23 Uhr. Ja, das ist das erste Dokument wahrscheinlich. Öffnete ordnungsgemäß die Werkzeugkiste und fand den Knauf. Öffnete die Badezimmertür. Erster Zusammenbruch wegen Tabletten. Nahm ordnungsgemäß seine Dosis Amidal an. Fand den Hebel und verwendete ihn. Ging ins Wohnzimmer. Aktivierte ordnungsgemäß die Stromversorgung. Licht an. Vervollständigte ordnungsgemäß die Drehschlüssel. Zwischenfall 1. Wählte 48151 und aktivierte den Projektor. Vervollständigte ordnungsgemäß das Dahedron. Gab Dystopia ein und fand die Musikkobel. Vervollständigte ordnungsgemäß das Sicherheitsfeld. Öffnete die letzte Tür. Schaltete das... Punkt, Punkt, Punkt. Okay, das ist wohl ein Protokoll über unsere Handlung, die wir hier ausgeführt haben. So, das kann ich nicht angucken. Das kann ich näher angucken. Aber damit kann ich nichts machen. Hier passiert auf jeden Fall nichts. Egal wo ich hinklicke, es klickt nur komisch. Okay, dann verlasse ich das hier mal wieder. So, das ist nur das Radio. Das habe ich mir schon angesehen. Und hier geht es nicht weiter. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir eine Chipkarte. Die behalte ich. Kann ich die... Guck mal, da unten ist ein Kartenleser. Aha, ich benutze mal die eben erhaltene Chipkarte. Nein, Moment. Wo haben wir sie? Ach, hier ist der Pfeil. Entschuldigung. Einen Ausweis verwende ich mit dem Kartenleser. Enter your Password. Wie war denn unser Passwort? War denn unser Passwort? Notizblock? 503. Das ist ja für die Toolbox gewesen. Passwort. Wie kriegen wir denn jetzt hier ein Passwort raus? Silbertablett, Pflaster, Seife. Untersetzer, Zeitschrift. Bleistift, Pflaster, Zeitschrift. B-E-N. Ben. Ich versuche einfach mal die 503. Mal gucken, was passiert. Fünf. Nundert. Äh, drei. Okay. Jetzt heißt es also, wieder ein Passwort rausfinden. Die Frage ist nur, wie? Ich soll mich ja genau umsehen. Das funktioniert nicht mehr. Hier komme ich wieder zurück. Ich wage zu bezweifeln, dass ich hier draußen das Passwort finde. Ah, okay. Gucke mal. Ach du heiliger Strohsack. Das kann ich hier hinsteuern. Aber ich weiß natürlich nicht, wohin. Reikjavik. Wie kriege ich jetzt dieses verdammte Passwort raus? Ah, guck mal. Hier kann ich es schnell und langsam drehen. Okay, da ich aber noch nicht weiß, wo ich hin muss. Okay. Und irgendwie sollte ich die Lampe anzünden. Aber ich habe immer noch kein Feuerzeugbenzin. Ich kann mich ja hier nochmal in den Schränken umschauen. Aber vielleicht reicht ja ein Funke. Ich versuche mal einfach das Feuerzeug zu verwenden. Das kann ich nicht verwenden. Ansonsten habe ich ja nichts gehabt, was anzündet. Außer das leere Feuerzeug. Okay. Tja. Gucke ich nochmal zurück. Die Pillen. Das sind immer die, die ich auch sonst immer genommen habe. Was? Da stand doch schon wieder irgendwas unten. Harte mal. Die gehören mir nicht. Ich sollte sie nicht nehmen. Gut, dann eben nicht. So, wo kriegen wir jetzt dieses verdammte Passwort her? Selected date for 503. 503 war auch das Passwort für die Werkzeugkiste. Da war noch was von 4 Uhr 23. Ich versuche mal. 4 Uhr 23. Vielleicht hat das ja was mit dem Passwort zu tun. Mann, Mann, Mann. Ich sehe nicht so aus, aber das war ganz schön clever. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich. 4 Uhr 23. Sind wir aufgewacht und 4, 3, 2. 4, 2, 3 war das Passwort. Okay, sind mehrere Monitore angegangen. Ein Ausrufezeichen. Achtung. Bestätigen? Oh. Jetzt habe ich da oben noch dieses komische Menü. Warum habe ich dieses Bestätigen und Verlassen Menü da oben noch? Egal. So, ich gucke mal, ob ich hier irgendwas anklicken kann. Hier ist unser Zimmer. Wenn man schön überwacht. Hier ist unser Badezimmer. Hier ist irgendein Monitor. Wie ist der Geier was? Geht die Tür jetzt hier hinten auf? Nö. Die Chipkarte kann ich nicht mehr mitnehmen. Hä? Achtung. Okay. Das zeigt uns den Raum davor mit der Schreibmaschine. Dann gehe ich da mal hin und gucke mal, was uns dort erwartet. So. Ach. Dunk. Ja, keine Ahnung. Hm. Wir haben das Passwort herausgekriegt. Aber außer, dass hier Monitore angegangen sind, ist nichts weiter passiert. Das ist ein Video auf Pause. H-A-L 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 R-J-B H-A-L R-J-B H-A-L R-J-B Ja, das R fehlt. H-A-L M-M J-B Aber das R kann ich nicht drücken. Das R kann ich verdammt nochmal nicht drücken. Schade. Dann weiß ich jetzt leider nicht, wie es weitergeht. Aber ich glaube, ich werde auch hier mal langsam zum Ende kommen. Dann mal in der nächsten Folge schauen. Hier kann ich nichts mehr anklicken. Und mit den Monitoren kann ich leider auch nichts machen. Okay. Gut. Dann bleibe ich einfach mal in diesem Gang stehen und verabscheue. Verabschiede mich von dieser Aufnahmesession und ich hoffe, ihr seid auch weiterhin mit dabei. Wenn ich versuche, mich irgendwie durch The Guest zu spielen. Ich behaupte nicht mal einfach so. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.